Ja, wir sind ja schon bei 80%, ich denke mir schon, dass es das Finale ist. Genau. Kukul Karns Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen, aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer, aber unser Timing müsste perfekt sein, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf, wir gehen. Oh, das Finale mache ich schon extra lange Parts raus. Hehehe, kennt ja. Außer wenn es zu lange ist, nach 20 Minuten, tue ich natürlich gerade noch mit der Folge beginnen. Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnenwinstanz nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schaden. Danke. Pass auf dich auf, John. Du auch, kleiner Vogel. Danke. 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 Das ist ja. Ich muss auch, das sammeln muss man nicht mehr, weil... wir haben mehr als genug, wow. Und das ist das große Finale von Shadow of the Tomb Raider. Das ist interessant. Mal sehen, wie es wird. Mal sehen, wie es ist. Und dann, wie gesagt, war es das auch. Für Shadow of the Tomb Raider. Fürs Let's Play. Wow. Das ist der Vulkan. Ja. Wie der ausbricht. Das sage ich was. Wow. Wow, 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 wow. Aber... Jetzt kann man so durch. Weiter schneller. Weiter, 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 weiter. Komm, 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 komm. Schwimmen schneller. So. Auftauchen und... Und... Unglaublich. Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unuratu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber bei dich. Kommander, hier ist Cardinal 2. Brücke ist ausgeschaltet. Gut. Team Leader mit dem Fahrzeugkoordinieren. Cardinal 2, sie sind ihre Augen. Verstanden. Nicht vergessen, jede Struktur Lecris ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Ja, wie viele Helikopter-Videe wir noch haben? Das ist eine gute Frage. Trinity macht Jagd auf sie. Hier ist Cardinal 8. Feind in Sicht. Änder den Kurs auf 1.05. Oh, direkt auf uns, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht auf uns. So. Ab und runter. Uuuh. Aber wer zu mir. Die Quelle des Rauchs. Da komme ich hin. Wuhu. Ab und runter. Und unten. Die Königin. Ich suche deinen Spiegel. War das Umurathus Schicksal? 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 Ihr seid das Purpur-Feuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Im Kampf gegen Kogulka. Nächst, Chef. Was, X-Shell? Juhu, wir haben eine gute Verbindete. Mit der darf man das schaffen gegen die. Gegen Trinity. Jawoll. 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 Gut, das war kein Ding, den ich als Gegner hatte. Ich hätte die Angst gegen die gesamten Teilen zu kämpfen dort. Was ist das? ich habe schon zerschossen aber jetzt sehr gut so finde ich es besser wenn du mich nicht angreift ich bringe verstärkung ich hoffe du weißt was du tust rüber geht's ja ja wir bringen es erst mal mit die dürfen das einfach so die dürfen und rüber kletter und wie können das dürfen das nicht also wie es ende ist zu begleiten das ist immer gut gestorben geht ja das sind einmal wieder gestorben genau wie die leute raus weiter so weiter so weiter 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 macht das spatz okay wir gehen einfach rein ja 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 ja